Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. In der letzten Folge haben wir es geschafft ein Boot zu kriegen, dies war nämlich in der Scheune bei uns vor der Tür. Ähm, jetzt müssen wir aber eine Batterie und ich glaube Sprit und außerdem noch Medikamente von Crawford holen, der einen Stadt, die ziemlich gefälscht sein soll und Kinder nicht mag, deswegen habe ich Clementine zu Hause gelassen mit einer Waffe und ich hoffe, die kann sich jetzt da gut verteidigen und wir gehen einfach mal weiter. Die alte Schule sollte direkt vor uns sein. Okay, Leute, das ist es. Erinnern den Plan, wir bleiben ruhig, wir bleiben hidden und wir bleiben zusammen. Wir finden was wir brauchen und wir kommen zur Hölle raus, bevor jeder weiß, dass wir da sind. Entschuldigung? Und wir haben uns halt für einen leisen Weg entschieden, weil wir in der Unterzahl auf jeden Fall sind und, ähm, handeln, handeln würde, glaube ich, nicht gut gehen. Man kann einen guten Blick über die Koffer aufnehmen, da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, ist ein bisschen riskant. Woher ist jeder? Es sollte die Gäste, die Patronik. Was? Sind Sie verabschiedet? Es ist einfach verrückt, ist alles. Ich glaube, ich sehe jemanden vor der Tür. Okay, ich und Kenny versuchen ihn zu spüren und versuchen ihn zu spüren. Okay, die Rest von euch warten für unser Signal, dann folgen uns über. Jeder hat es? Okay, Kenny, lass uns das schliesslich machen. Keine Schreie, ohne dass es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Und? Sieht aber nicht gerade gesund aus. Er wollte gerade sagen, Alter. Wieso sind da auf einmal Walker? Wieso? Ich kapier's nicht. F***, F***! F***, F***! Sieht ihr vielleicht, haben wir? Das denke ich nicht. Ja, genau. Ich denke wir sind gut. Aber jetzt ist es gut. Was ist hier passiert? Ich dachte, dieses Ort sollte sich sicher sein. Was immer passiert ist, glaube ich. In der Endeffektiv, die Tod immer gewinnen. Oh Mann, wir sind so screwed. Nein. Wir sind so screwed. Vernon ist richtig. Wir können mit Walkern einfacher, als unsere Gäste. Ja, genau. Ich glaube, dass wir uns nicht lassen, können wir das immer noch machen. Der Plan hat nicht verändert. Der Plan hat nicht verändert? Jede Zeit, die Walkern zeigen, hat der Plan verändert. Hast du überhaupt keine Ahnung, wie viele von ihnen da drin sind? Nein. Willst du einen Kopfschmerzen machen? Oder willst du, was wir brauchen, und rauskommen? Komm schon. Ich denke, ich weiß, welchen Weg zu gehen. Ich bin so eine Mämmener. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Ich glaube, überall, wo ein X dran ist, sollten wir nicht reingehen. Denk ich zumindest mal. Ja. Ja. Hier. Sieht okay. Everybody in. Okay. Sieht ja momentan noch okay aus. Da hätten wir eigentlich auch Clementine mitnehmen können, wenn das nur so ist. Aber egal. Clementine ist ja momentan erstmal in Sicherheit. Hoffe ich. Hoffe ich. Okay. Rüstung. Figuren. Ich denke, sie haben das Haus mit irgendwelchen Kommen. Ja. Okay. So, jetzt was? Wo müssen wir schauen? Ich habe keine Ahnung. Lass mich bitte nicht entscheiden. Gib mir nur ein bisschen. Wo können wir ein bisschen Gas für das Boot finden? Es gibt hier eine Erkrankungsschette von dem Spielplatz. Wenn es die Erkrankungsschette gäbe, wäre das wahrscheinlich, wo es sein wird. Wo wäre es der beste Ort, um eine Medizin zu suchen? Hier, die Nürzungsstation. Sie benutzen sie als Medizin. Wie kann ich das wissen? Es macht einfach Sinn, nicht wahr? Natürlich. Dann brauchen wir nur eine Batterie. Diese Auto-Shop. Es ist gleich neben der Tür. Aber mit den Komponenten. Du kannst es nicht missen. Okay. Ich mache die Runde in die Erkrankungsschette für die Kohle. Es wird schneller sein, wenn ich mit dir gehe. Ich kann dich direkt hin. Ich komme zu. Nein, zwei Menschen sind genug. Du bleibst hier. Schau, ob du diese Geräte benutzen kannst, die wir brachten, um diese Armourie zu öffnen. Wir müssen uns hier rausziehen. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay. Wir haben einen Plan. Everyone be careful. Stay close to one another. Wir treffen uns alle hier zurück. Good luck. Okay. Das klingt erstmal logisch. Das klingt auch gut. Das klingt auch gut. Und ich dachte. Wahnsinn. Wir sehen uns erstmal alles an. Ja. Schulkarte. So, according to Bri. Wartungsschuppen, Schwesterstation oder Autowerkstatt. Äh. Okay. 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 Wollen Sie schon mal ein Kremenser und der Kremenser mitnehmen? Die Georgischen Städtfläge. Vieles Geschichte hier. Nicht wie es nicht so viel interessiert, meine ich glaube. Ja, genau. So, ein Teppich. Was bringt einen Teppich? Wow. Okay. Äh. Bücher, Bücher, Puppen. Wollte ich gerade sagen, die machen mir schon ein bisschen Angst. Ich kann sie später wieder zurückkommen. Einige Reitungsmaterial wäre schön, wenn wir auf dem Boot kommen. Aber gut, keine TV. Hey, brauchst du mit dem Hilfe? Ja, du verkackst aber alles. Ja. Tu's dir auch. Was ist es? Es ist Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up, knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor in, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? I don't even want to think about what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened. Look, we need Kenny. We need him to hold this shit together if we're ever going to get out of here. So you need to keep this to yourself. For the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm going to get back to this. Kenny, wo gerade Kenny ist, da ist Ben sofort tot. Der kann nicht mehr halt oder so schreien, der ist sofort tot. Er hat gerade seine Frau und sein Kind verloren und er will jetzt ihm sagen, ja, ich war's. Ich habe die Medizin gestohlen und deswegen ist deine Frau und dein Sohn gestorben. Aber ich lebe ja noch hier. Carly ist wegen mir noch gestorben. Wir haben die Liebe, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Lilly ausgesetzt wegen mir. Aber ich lebe hier noch, ne? Deswegen, er wird sterben, wenn er das sagt. Und ich hätte gerne länger darüber nachgedacht, aber die Zeit hier unten war einfach viel zu knapp. Sieht, wie sie hier hatten ziemlich ein System. Crawford's final solution. Aber... Citizens found, number of all walkers found, brought to Crawford. Okay. Initials of persons conduction research? Weiß ich nicht. Also, number of ineligible citizens found, das heißt, glaube ich, nicht gewissene Bewohner gefunden. Number of citizens brought to Crawford. Zivilisten, die zu Crawford gebracht wurden. Number of walkers found, wie viele Walker da waren. Days since Outbreak. Ähm, ja, Tage bis zum, äh, seit dem Ausbruch. Und initials of person conduction research? Ähm, die Initialien der Personen, ähm, die es, die das, glaube ich, gesucht haben oder so. Okay. Gut zu wissen. Das, ähm, das, ähm, mussten wir mal eben anschauen, weil das war ja jetzt hier überall eigentlich verstreut. Ich habe mich gefragt, was passiert in dem Rest der Welt. So, kleiste. Wow. Wieso kann ich mir dann sowas angucken? Sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Wollte nicht Molly eigentlich auf uns warten? Um, das heißt, ähm, Kind, äh, Kinder unter 17 sind nicht toleriert. Ähm, man soll nicht verschwenden, man soll das Meister aus seinen Rationen machen. Ähm, wer, ähm, aus Crawford weggeht, darf nicht mehr zurückkommen. Und, äh, irgendeiner stand da noch, aber das hab ich jetzt grad wieder vergessen. Muss sein, der Typ, der dieses Platz rief. Sieht, wie er sich als ein Kind der Supremleiter verstanden hat. Ja, okay. So, sonst ist hier nichts mehr. Kann ich hier hingehen? Nee, ne? Boah, wie viel hier einfach ist. Der Alleyway zu den Autoshops ist hier unten. Willst du kommen oder nicht? Ja, lass mich doch erst mal gucken. Lass mich erst mal gucken. Ausgang zum Spielplatz. Ja, Medizin. Was soll ich jetzt mit Medizin? Ich soll ja da hinten hin. Ähm, Badezimmertür. Wieso soll ich die Badezimmertür öffnen? Okay. Ähm, sonst ist hier nichts, Männer. Patronenhülsen. Was hier nie passiert, war nicht gut. Ich hab' bereits gefeiert. Sie sind wertvoll. Okay, ja, gibt Sinn. Ich glaube, da ist genau das Gleiche wie gerade. Ja, okay. Was kann ich links machen? Links ist noch ein blutiges Schließfach. Logan. Wer zum Donalds... Ich weiß nicht, ob ich die Kombination habe. Logan. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Hm, der könnte noch mal wichtig sein. Automat. Ginger-Cola. Ach, Mann. So, was hier jetzt noch? Ah, der, der... Vernon und die... Äh... Ihr braucht noch mehr Hilfe? Danke, aber ich denke, wir sind fast vorbei. Wir sind uns geholfen, Lied. Nichts Worte. Okay, das ist gut. Das ist nämlich, äh, kranken... Die, äh, kranken... Das... Krankenschwesterzimmer. Der, die das. Und wir müssen jetzt... Nach rechts zu Molly. So, gibt's hier irgendetwas Spannendes? Sieht nicht so aus. Okay. Das muss die Tür zum Alleyway sein, wo die Auto-Shop ist. Aber wo die Hölle ist das? Außen? Hier gibt's Sinn, oder? Ich würde sagen, wir wenden hier heute die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Walking Dead. Ciao, bis zum nächsten Mal.